hallo zusammen in meinem video heute geht es um den crowdloan von moonbeam und zwar ist ja aufgefallen einigen leuten dass es gar nicht so einfach ist da einzuzahlen im tutorial folge 4 hatte ich ja gezeigt wie man in die crowdloans einzahlen kann und das klappt so bei moonbeam nicht da gibt es noch einen extra schritt über den man stolpert und darüber möchte ich heute eingehen einfach mal zeigen wie funktioniert das investment jetzt in ein in den moonbeam crowdloan und dann möchte ich ganz gerne einen ausblick geben was kann man eigentlich machen auf moonbeam worum geht es in dem projekt ganz grob ich mache es ganz kurz und oberflächlich denn das werden wir uns wahrscheinlich dann später in irgendwelchen videos noch mal anschauen wenn moonbeam live ist aber natürlich gehört das irgendwie auch ein bisschen dazu dass man hier auch mal inhaltlich darauf an eingeht kurz der aktuelle stand der crowdloans und dann natürlich die alles entscheidende frage wie viel wird denn wohl wahrscheinlich ausgeschüttet und dann noch von mir ein bisschen spekulation über den preis des glimmer tokens beim launch wobei das natürlich jetzt wirklich mit absoluter vorsicht zu genießen ist denn hier weiß wirklich kein mensch was genau passieren wird also und bevor wir jetzt losgehen noch eine kurze ankündigung ich mache am mittwoch ein q&a und zwar in folgender form ich gehe noch mal alle fragen die in den kommentaren zu den videos waren durch ihr habt sehr sehr gute fragen gestellt ich habe mich richtig gefreut über diese ganzen fragen natürlich auch über die positiven kommentare das positive feedback vielen vielen dank dafür aber auch die fragen sehr sehr wertvoller input und ich gehe einfach alle fragen noch mal einzeln durch und die unter den videos waren und ihr könnt gerne noch weitere fragen stellen am mittwoch 10 11 20 21 setze ich mich hin und beantworte die ganzen fragen nehmen dafür ein video auf das heißt also alles was nach 11 uhr am 10 11 bei in den kommentaren steht kann ich nicht mehr berücksichtigen weil ich mich dann nämlich hinsetze und dieses das video mache und das video werde ich dann in einer video premiere quasi am mittwoch um 20 uhr veröffentlichen hier steht jetzt circa 20 uhr damit meine ich eigentlich nur dass ich hoffe dass ich an mittwoch 20 uhr auch fertig bin mit dem ganzen video hängt natürlich von der anzahl der fragen ab ich haue das ding dann direkt mittwoch abend raus weil ja am 11 11 also am donnerstag die parachain auctions losgehen und dann bis dahin muss man ja sein erstes investment gemacht haben also ich mache keinen live stream dazu weil ich habe in der vergangenheit mal welche gemacht der kanal ist einfach noch viel zu klein da habe ich da häufig so drei leute in dem live stream weil die anderen keine zeit haben arbeiten müssen oder sonst irgendwas und dann stellt auch keiner eine frage und dann muss ich mir jetzt alles selber ausdenken und live läuft das ganze einfach nicht so richtig gut so jetzt also kurze vorschau was kann ich auf moonbeam demnächst machen wenn das ganze live ist und um das ganze zu verdeutlichen bin ich jetzt hier auf sushi swap und ich werde jetzt hier einfach mal in sushi swap reingehen denn da gibt es tatsächlich schon eine anbindung von zum beispiel sushi swap an moon river moon river ist ja quasi das projekt auf kusama dass der vorläufer von moonbeam der also auf kusama läuft und man kann also wenn man auf moonbeam ist hier in quasi moon was kann man jetzt machen mit moonbeam wenn moonbeam endlich live geht was ist der sinn von diesem ganzen projekt moonbeam ist ethereum kompatibel und zwar ist das eine blockchain die 100 prozent mit ethereum kompatibel ist es entspricht also zum beispiel der beinen smart chain oder dem polygon oder phantom oder avalanche die ganzen layer ones die in den letzten monaten gestartet sind die also quasi kopien von ethereum sind allerdings mit weniger gas gebühr und schnelleren transaktionen und so weiter und moonbeam wird genau dasselbe sein nur das moonbeam eben im hintergrund dann auch noch auf polka dort laufen wird das heißt alles was auf diesen ethereum kompatiblen blockchains wie zum beispiel der beinen smart chain läuft lässt sich relativ simpel rüber kopieren als projekt auf moonbeam man kann also im prinzip zum beispiel sowas wie sushi swap dann direkt kopieren auf moonbeam und das wird auch passieren sushi swap hat das zum beispiel schon angekündigt und dann kann man also sushi swap auf moonbeam benutzen und wenn man jetzt nicht noch erinnert wie das war bei polka dort die einzelnen parachains sind ja über das messaging miteinander vernetzt das bedeutet man kann also im prinzip hier eine unzahl von projekten direkt auf polka dort starten weil man ja kompatibel ist mit ethereum und über dieses cross consensus messaging kann man also auch die assets dann von moonbeam aus auf andere blockchains verteilen und das ganze kann man sich auch schon mal live anschauen und zwar über moon river moon river ist ja quasi das netzwerk also beziehungsweise die blockchain das projekt das zu moonbeam dazugehört und das schon mal auf kusama gestartet wurde in einem crowdloan im juni und moon river wie funktioniert das ganze es ist wirklich identisch zu ethereum man hat im prinzip man arbeitet mit metamask man hat hier ein netzwerk also hier ist ethereum und hier ist auch die beinen smart chain und so weiter und unter anderem gibt es eben auch hier moon river ich schalte also jetzt quasi mein metamask wallet um auf moon river und dann habe ich hier nicht mehr ethereum sondern mover tokens in und dann kann ich also auf moon river arbeiten ich kann zum beispiel auch in sushi swap reingehen dann sehe ich hier ich bin hier in der moon river version von sushi swap und dann steht hier alles was bei sushi swap läuft zur verfügung also zum beispiel hier kann ich entsprechend tokens umtauschen untereinander ich kann hier yield farming machen indem ich also hier einlagen mache in den einzelnen assets mit den entsprechenden zinsen hier apr 325 prozent und mir stehen hier jede menge token zur verfügung die quasi dann über moon beam weil wir sind jetzt auf moon river aber demnächst wird ja moon beam starten und da wird es ähnlich laufen die also über moon beam dann auf dem polkadot ökosystem zur verfügung stehen die werden also langsam aber sicher hier reintröpfeln diese ganzen anderen tokens wie zum beispiel ethereum wie zum beispiel der bnb von binance wie zum beispiel der tether der usdc der bitcoin hier über eine variante über den rap bitcoin und so weiter und so weiter und sushi swap ist nicht das einzige projekt es gibt noch viele viele andere projekte auf die ich jetzt nicht eingehe es war einfach nur als beispiel gedacht also demnächst wird dann zum beispiel sushi swap im polkadot ökosystem vertreten sein über moon beam das hat natürlich den vorteil dass im prinzip direkt vom start weg wenn polkadot jetzt mit den paar chance live geht eine ganze menge von projekten direkt da ist und schon funktioniert während die anderen sachen dann die auf polkadot selber laufen die nativ auf polkadot laufen nicht über diesen diesen ethereum umweg die brauchen sicherlich noch etwas längere zeit um entwickelt zu werden um die features auszuweiten und so weiter aber hier geht es also schon richtig los das ist die idee dahinter wie investiere ich jetzt in den crowdloan von moon beam und hier gibt es tatsächlich eine kleine besonderheit und zwar wenn ich im weg wie ich das in meinem tutorial teil 4 gezeigt habe hier investieren möchte dann gibt es hier ein extra feld nämlich die very fire signature hier in rot die muss ich hier eintragen und keine ahnung was da reinkommt woher bekomme ich diese very fire signature und ich habe beschlossen diesen weg hier gar nicht groß weiter zu verfolgen sondern ich schlage vor man geht besser direkt über die seite von moon beam selber diese seite findet ihr unter crowdloan dort moon beam dort foundation und den link den packe ich auch unten in die video beschreibung hier kann man dann über contribute now mitmachen und hier gibt es einen schritt für schritt eine schritt-vor-schritt-anleitung wie es geht zwar fangen wir mal mit start an und das erste was wir tun müssen ist das polkadot wallet verbinden mit dieser webseite connect to polkadot js wallet hier werde ich dann sehe ich dann also mein account den ich hier im polkadot wallet auch habe also hier ist derselbe account den finde ich hier auch und im polkadot wallet empfiehlt es sich eigentlich hier auf allow use on any chain umzustellen falls man hier noch in irgendwas anderem drin war also allow use on any chain ist quasi hier die richtige einstellung dann wird mir hier also das account angezeigt wenn ich mehrere habe kann ich hier auswählen kann man ja hier in polkadot js wallet in diesem wallet auch mehrere accounts bereit halten habe ich jetzt hier aber nicht deshalb hier auch nur eins zur auswahl und dann gehe ich hier auf verify account und jetzt muss ich hier quasi eine unterschrift machen indem ich mein passwort eingebe ich klicke hier auch direkt an remember my password for the next 15 minutes damit ich nicht jedes mal mein passwort eingeben muss hier in diesem ganzen prozess gehe auf sign the message dann wird quasi meine unterschrift hier hingeschickt ich muss zwischendurch möglicherweise noch die agb akzeptieren das ist so ein zwischenschritt den man hier jetzt nicht sieht und dann kann ich hier also zehn dort wie ich ja eigentlich vor hatte einzahlen ich habe das jetzt heute vormittag in einem anderen video schon gemacht das hat aber dann alles nicht so richtig hingehauen und deshalb habe ich das jetzt weggeschnitten und so seht ihr also hier meine einlage von zehn dort die ich schon gemacht habe heute um drei uhr wenn ihr also hier quasi jetzt einlegen wollt dann gibt ihr euren betrag ein den ihr einlegen wollte ich hatte ja beschlossen zehn dort zu hinterlegen und dann muss man hier noch eine moonbeam address angeben so und woher kriege ich jetzt meine moonbeam adresse wenn moonbeam noch gar nicht live ist und es noch keine adressen gibt ja und das hatte ich ja erklärt wir haben wir arbeiten bei moonbeam mit dem metamask wallet nicht mit dem polka dot wallet also nicht mit diesem wallet wird wenn moonbeam live geht auf der moonbeam blockchain gearbeitet sondern man arbeitet mit dem metamask wallet weil ja moonbeam mit ethereum hundertprozentig kompatibel ist das heißt wir brauchen ein ethereum wallet und unsere rewards die glimmer tokens die wir hier in diesem crowdloan bekommen auch die werden wir in unserem metamask wallet finden deshalb brauchten wir hier natürlich auch eine adresse von unserem metamask wallet beziehungsweise ihr könnt auch andere ethereum adressen verwenden die nicht aus metamask kommen hauptsache es ist eine ethereum adressen mit einer ganz wichtigen einschränkung darauf gehe ich jetzt sofort ein aber als erstes also wo kriege ich die adresse her ich installiere mir metamask dazu gibt es etliche anleitungen im internet müsst ihr euch mal schauen anschauen vielleicht werde ich auch ein beispiel in der video beschreibung unten rein tun es gibt viele viele anleitungen wie man metamask installiert und ihr braucht nicht moon river sondern was einzige was ihr braucht ist das ethereum mainnet denn die adresse die zu diesem metamask wallet gehört ist bei allen blockchains die hier aufgeführt sind sei es moon river phantom polygon bei einem smart chain es ist egal was ich hier einstelle immer dieselbe adresse und diese adresse die kann ich kopieren indem ich hier unter main account auf die adresse klicke dann ist sie in der zwischenablage und dann kann ich die hier einfügen und dann werde ich also meine rewards die ich hier bekomme die glimmer tokens auf diese adresse bekommen die werde ich also dann im metamask wallet wiederfinden allerdings muss ich im metamask wallet dann später noch was einrichten aber das sind alles sachen die gehen erst wenn moonbeam auch wirklich live ist also im moment reicht es wenn ich die adresse hier eintrage bin ich schon mal fertig dann aber ganz wichtiger hinweis man sollte keine adresse von einem exchange von einer börse nehmen also ihr habt ja bei der börse auch einzahlungsadressen wo ihr quasi ethereum einzahlen könnt und zum beispiel bei kraken gibt es das bei binance und bei den anderen und diese adresse auf keinen fall verwenden weil diese adresse gehört der börse und nicht euch und das heißt also wenn ihr jetzt die rewards über die nächsten zwei jahre verteilt bekommt dann lauft ihr gefahr dass binance oder kraken diese adresse die ihr von kraken bekommen habt einfach ändert dann werden eure rewards sind für euch dann nicht mehr abholbar und ihr werdet auch ohnehin schwierigkeiten haben die rewards abzuholen denn ihr habt ja auch keinen private key und so weiter von diesen adressen die von den börsen kommen also ihr habt eigentlich keine chance eure rewards abzuholen also im klartext benutzt am besten metamask ihr könntet auch den ledger nehmen oder irgendein anderen wollen anderes wallet aber hier ist dann das problem das wallet muss dann später moonbeam auch unterstützen und das wäre dann auf jeden fall wenn ihr ein anderes wallet als metamask verwendet noch mal zu klären ob dieses wallet vor hat in zukunft moonbeam überhaupt zu unterstützen denn wenn diese unterstützung nicht kommt auch dann habt ihr eventuell ein problem an eure rewards haben zu kommen deshalb wäre meine klare empfehlung neben metamask denn bei metamask ist das garantiert dass ihr an die rewards kommt also ihr macht hier irgendwie eure contribution eure euer investment die anzahl der dots die ihr einlegen wollt ihr tragt hier eure metamask adresse ein dann schickt ihr das ganze ab mit sign and send wenn diese transaktion durch ist dann seid ihr im crowdloan von moonbeam drin und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz unter polkadot js nach ob unser investment geklappt hat weil wenn ihr das gemacht habt wenn ihr fertig seid hier an der stelle dann sollte diese sollte euer investment auch unter polkadot js.org auftauchen ich bin jetzt hier also in den apps von polkadot js.org und hier gehe ich dann auf network parachains hier sind die crowdloans da waren wir eben auch schon und dann sollte hier in der liste wenn fertig geladen ist meine einzahlung stehen und zwar unter in der spalte raised müsste dann auftauchen my contribution wenn ich das aufklicke dann sehe ich hier die zehn dots die ich eingezahlt habe und nur wenn das da steht hat meine einlage auch wirklich geklappt aktuell sind hier bei denen bei den crowdloans schon insgesamt 15 millionen dot tokens eingezahlt es gibt hier bei jedem projekt ein sogenanntes hardcap das ist quasi die obergrenze der dot tokens die eingezahlt werden können es gibt keine obergrenze der personen oder der wallets die mitmachen können die anzahl der investoren ist nach oben offen es gibt aber ein hardcap eine obergrenze der tokens die eingezahlt werden können es gibt aber hier auch momentan zumindest noch kein grund zur sorge denn wir sind hier bei fünf millionen dots von 100 millionen bei moon beam und bei akala ist das hardcap 50 millionen dots davon sind auch erst 8,5 erreicht das kann natürlich jetzt noch bis zum hilften hilften deutlich steigen meine persönliche einschätzung ist aber dass wir die 50 millionen dot nicht erreichen werden denn wir sprechen hier immerhin von 2,6 milliarden us dollar die jetzt hier in dieses projekt reinfließen müssten der aktuelle kurs vom volker dot token vom dot ist ja 53 dollar und es sind also 2,6 milliarden dollar die hier in projekt reinfließen müssten damit dieses hardcap erreicht ist das wäre schon ein absoluter rekord selbst für kryptoverhältnisse da würde man also sicherlich in den medien einiges drüber hören wenn das wir reden ja hier nur von einem einzigen projekt das müsste ja dann wenn es zum beispiel bei moonbeam erreicht werden sollte müssten ja dann quasi schon fünf milliarden oder 5,2 milliarden dollar auch noch in moonbeam reinfließen und so weiter also wenn das wirklich gelingen sollte hier diese grenze zu sprengen das wäre schon was kann natürlich passieren man kann es nie ausschließen aktuell führt jetzt gerade akala mit 8 millionen dot 8,5 millionen und moonbeam liegt bei 5 millionen dot das steigt hier quasi stündlich aber ich glaube das wird irgendwann anfangen zu stagnieren so jetzt mal die ganz große frage wie sieht das eigentlich aus mit der ausschüttung also wie viel mit wie viel glimmer tokens können wir eigentlich rechnen wir haben jetzt 10 dot tokens investiert ihr könnt ja wenn ihr dieser rechnung hier folgen wollt einfach das umrechnen auf eure eigene investition schauen wir einfach mal rein ich habe hier eine rechnung gemacht die ist so ein bisschen also diese rechnung hier mit der ausschüttung ist eigentlich noch in ordnung und danach mache ich auch eine einschätzung für den preis und die ist glaube ich ziemlicher ziemliche fantasie sprechen wir noch mal in ruhe drüber so jetzt als erstes die ausschüttung es werden also insgesamt 100 millionen glimmer tokens ausgeschüttet bei moonbeam und die pool größer also das was aktuell investiert ist die lag jetzt gerade bei 5 millionen dort aber zu dem zeitpunkt wo ich hier diese aufstellung gemacht habe waren es noch 4,8 millionen dort ist jetzt für die rechnung nicht so ganz erheblich 4,8 millionen dort waren also schon insgesamt investiert und das sind nach aktuellem stand ungefähr 254 millionen us-dollar die also in dieses projekt schon reingeflossen sind man muss sich das einfach mal vorstellen wir reden jetzt davon dass wir also letzten donnerstag sind die crowd loans gestartet das sind ein paar tage fünf tage oder so in den fünf tagen sind jetzt schon mal 250 millionen us-dollar in ein projekt investiert worden das noch gar nicht live ist von dem man also nur eine vorgängerversion gesehen hat und so weiter schon ziemlich cool sehr sehr krass wie das hier also gerade abgeht aber bei denen also 50 millionen dort bin ich sehr skeptisch dass das noch erreichen wird also aktuell fünf millionen nicht 4,8 wie hier stehen lasst uns einfach mal weiter rechnen so ich habe selber zehn dort investiert nach aktuellem kurs ungefähr 530 us-dollar wie funktioniert das mit der ausschüttung wir bekommen eine ausschüttung anteilig an unserem beitrag zum pool es sind 4,8 millionen dort im pool unser anteil davon ist 10 dort das heißt wir müssen die 100 millionen glimmer tokens mit unserem anteil multiplizieren unser anteil ist 10 dort durch 4,8 millionen dort das ganze mal 100 millionen ergibt 208,3 glimmer tokens die wir hier an ausschüttung erwarten können allerdings ist das die gesamtausschüttung und ich hatte ja in meinen vorgängervideos auch schon gesagt 30 prozent davon sind zur auszahlung fällig am 17 12 wenn moonbeam dann live gehen sollte am 17 12 oder 18 12 vorausgesetzt sie schaffen es bis dahin live zu gehen wenn moonbeam später live geht dann wird sich der auszahlungstermin eben nach hinten verzögern 30 prozent davon sind dann also 62,5 glimmer tokens die wir am 30 quatsch am 17 12 bekommen werden wenn die pool größe 4,8 millionen dort betragen würde was sie nicht tun sondern es sind schon fünf millionen dort und je höher diese pool größe ansteigt desto weniger werden wir ausgezahlt bekommen und dazu habe ich auch mal eine kleine rechnung aufgemacht und zwar wenn wir hier uns die ausschüttung anschauen kann man das sehen muss ich mich ausblenden muss ich nicht ist noch gerade drauf also die wir ich habe hier einfach mal eine aufstellung gemacht wenn hier fünf millionen dort in einfließen dann hätten wir also eine gesamtausschüttung von 200 dots und davon werden dann direkt zur auszahlung fällig wenn das projekt live geht 60 dots also das violette hier das ist quasi die gesamtausschüttung über die zwei jahre und davon eben 60 kommen sofort wenn das projekt live geht und dann sieht man hier wie es weitergeht sechs millionen dort wenn also pool größe von sechs millionen dort zustande kommt sind 166 und 50 davon sofort und so weiter und dann sieht man hier also bei wenn zehn millionen dort zur verfügung zusammen kämen dann würde quasi logischerweise weil es halbiert sich ja im vergleich zu fünf millionen dort würden also 100 dort tokens zur auszahlung quatsch 100 glimmer tokens zur auszahlung kommen und 30 glimmer tokens bekämen dann eben direkt und so weiter und sollte jetzt das hard cap von 100 millionen erreicht werden dann bekämen nur noch in der direkten ausschüttung drei glimmer tokens und zehn glimmer tokens wäre die gesamtausschüttung was dann schon ziemlich dünne wäre aber an 100 millionen werden wir wahrscheinlich nicht rankommen so und jetzt ist die große frage was ist denn jetzt ein glimmer token wert wenn es soweit ist dazu habe ich auch mal eine rechnung gemacht und diese rechnung ist jetzt auf jeden fall absolut wilde spekulation lasst euch das auf youtube von anderen leuten nicht erzählen kein mensch kann vorhersagen wie dieser preis aussehen wird es gibt berechnungsmethoden ich habe einiges gesehen das allermeiste davon ist in irgendeiner form sicherlich fundiert und begründet aber jeder der erzählt dass er irgendwo irgendwie vorhersagen kann wie der preis aussehen wird der übertreibt oder der versucht euch in irgendeiner art und weise zu irgendeinem investment zu drängen dass ihr eigentlich gar nicht machen wollt also wilde spekulation von meiner seite einfach mal so wir sind ja alle ein bisschen neugierig wir wollen ja ein bisschen die fantasie anregen und wollen mal wissen was haben wir jetzt davon wenn wir das machen so und zwar meine rechnung basiert eigentlich auf diesen hieroglyphen die ich hier gesehen gezeigt habe das hier ist also im prinzip jetzt die hieroglyphen formel die aber nichts anderes besagt als die idee hinter dieser rechnung ist welchen anteil hat kusama an polkadot beziehungsweise wie viel größer ist polkadot als kusama und dafür müssen wir polkadot durch kusama dividieren und ich spreche jetzt hier von der marktkapitalisierung dann wissen wir polkadot ist also so und so viel mal größer als kusama und dann nehmen wir einfach mal etwas anderes also diese beiden größen sind ja bekannt und was auch als größe bekannt ist ist die marktkapitalisierung von moon river das ja auf kusama schon läuft und dann multiplizieren wir einfach mit dem faktor den wir ausgerechnet haben also wenn jetzt zum beispiel polkadot so und so viel größer ist als kusama dann gehen wir einfach davon aus dass moonbeam genauso viel größer wird wie moon river und dann müssen wir es also nur multiplizieren und dass die rechnung sieht konkret folgendermaßen aus marktkapitalisierung von polkadot ist 55 milliarden zur stunde kusama marktkapitalisierung ist fünf milliarden das heißt also polkadot ist elf mal größer als kusama elf mal größer das heißt also moonbeam würde nach dieser wilden spekulation jetzt auch elf mal größer sein als moon river moon river hat zurzeit eine marktkapitalisierung von 890 millionen mal elf ergibt dann also eine gesamtmarktkapitalisierung vom glimmer token von 9 milliarden us dollar jetzt als erstes aber dazu mal einen kleinen realitätsabgleich also wenn wir eine marktkapitalisierung von 9 milliarden us dollar hätten bei moonbeam wenn der glimmer token also diese marktkapitalisierung erreichen würde wo wären wir dann hier in dieser tabelle also hier sieht man ja ethereum hat hier eine marktkapitalisierung von 566 milliarden und jetzt müssen wir mal hier runter gehen und suchen wo hier eigentlich die 9 milliarden losgeht und dann sind wir hier bei stella beim ftx token und wenn man jetzt mal nach vergleichbaren projekten sucht also nach ethereum kompatiblen blockchains dann müsste man also hier mal schauen polygon wäre eins der ist die haben jetzt 13 milliarden us dollar marktkapitalisierung und das nächste wäre hier im grunde phantom phantom ist auch ein ein ethereum kompatible blockchain das kann man also vergleichen die haben 7,7 milliarden und das heißt wir wären also jetzt von der platzierung her irgendwo zwischen phantom und polygon mit moonbeam einem projekt das noch kein einziges noch nichts am laufen hat wo noch gar kein einziges ding kein einziges projekt läuft das ist extrem unwahrscheinlich denn wir haben auf phantom die ganzen defi blue chips wie curve und ave und so schon am laufen auf polygon laufen die auch schon auf moonbeam nichts dann haben wir hier jede menge nft plattformen und so weiter und so weiter auf phantom und auf polygon auf moonbeam nichts es ist absolut unwahrscheinlich dass wir auf 9 milliarden marktkapitalisierung aus dem stand kommen man kann es nicht ausschließen es gibt wirklich zu viele variablen in dem ganzen aber ich rechne eher damit dass wir so im bereich von sagen wir mal was ist realistisch eine milliarde landen dann wäre immerhin moonbeam aus dem stand genauso stark wie moon river moon river hat ja 890 milliarden es wäre also quasi im grunde die gleiche marktkapitalisierung zwischen einem projekt wie moon river das jetzt schon einige monate am laufen ist wo auch schon blue chips wie sushi swap drauf laufen das gerade im aufbau ist dass auch schon gemeinten fangemeinde hat und so weiter verglichen mit einem anderen projekt moonbeam auf dem noch gar nichts läuft das aber irgendwo dadurch dass es auf polka dort läuft eine andere ich sag mal stabilität ausstrahlt und so weiter man könnte sagen eventuell gleicht sich das aus und so weit also ja wie auch immer es ist spekulation und nehmen wir mal an wir würden jetzt also mit moonbeam dieselbe marktkapitalisierung erreichen wie moon river dann hätten wir eine marktkapitalisierung von einer milliarde us dollar und das heißt dann dass in dem fall der glimmer token 1 us dollar wert wäre wenn wir zugrunde legen dass wir den gesamten supply hier für die berechnung heran ziehen also wenn wir den gesamten supply hier für die berechnung zugrunde legen dann hätten wir einen preis von einem us dollar weil wir haben eine eine milliarde glimmer tokens die wären insgesamt eine milliarde us dollar wert und das führt dann natürlich dazu dass ein glimmer token 1 us dollar kostet und zwar in dem fall dass wir mit moonbeam gleiche marktkapitalisierung erreichen wie moon river aus dem stand und sollte das mit den 9 milliarden eintreten dann hätten wir also einen preis von 9 us dollar weil wir haben neun milliarden marktkapitalisierung für eine milliarde glimmer token das bedeutet ein glimmer token wer 9 us dollar wert das ist aber eigentlich nicht ganz die wahrheit denn glimmer tokens eine milliarde glimmer tokens der gesamte play der wird ja nicht auf einmal auf den markt kommen sondern beim launch wird ja nur ein kleiner teil der glimmer tokens auf den markt kommen und hier habe ich einfach mal in die dokumentation geguckt von moonbeam wie viel kommt denn jetzt am 18 12 auf den markt und dazu habe ich hier bei moonbeam in der dokumentation eine aufteilung gefunden wie viele tokens vom gesamtsupply jetzt wo landen und hier ist auch der moonbeam crowdloan und weil das das sind zehn prozent das wissen wir auch schon und weil das ganze auch mit der tabelle hier wann was frei wird hier 24 monate westing drei monate log und so weiter mir alles viel zu kompliziert war für so eine wilde spekulation die ja eigentlich nicht wirklich belastbar ist muss man das jetzt auch nicht ganz genau ausrechnen stattdessen habe ich hier diesen link gefunden view the token release schedule and transparency statement und das werde ich auch unten in der video beschreibung verlinken und hier sieht man also quasi wie viele tokens wann rauskommen und da sieht man also hier im prinzip die monate vom launch an der launch ist ja jetzt dann der mitte dezember und da sieht man dann dass also quasi hier das sind drei monate und das sind sechs striche also das heißt als ein strich in ungefähr zwei wochen und in den ersten vier wochen nach dem launch liegen wir hier zwischen null prozent ziemlich genau in der mitte und zehn prozent also irgendwo bei fünf bis sechs prozent würde ich sagen vom gesamtsupply ist jetzt in den ersten zwei wochen nach dem launch draußen sechs prozent und so kämen wir dann zu einer ganz anderen rechnung und zwar haben wir dann nämlich quasi ein anfangs supply von sechs prozent von einer milliarde das sind 60 millionen glimmer tokens sollten wir also eine marktkapitalisierung von 9 milliarden us-dollar erreichen ergebe sich ein glimmer token preis von 150 us dollar wäre man jetzt bei einer milliarde us dollar nur marktkapitalisierung dann wäre der token preis 15 us dollar pro glimmer das hört sich ja eigentlich schon mal ganz schön cool an und jetzt mal gucken was wird denn jetzt aus unseren zehn dort tokens wenn man das einfließen lässt in die betrachtung wie viel rewards bekommen wir dafür also noch mal zurück zu unserer rechnung von eben wo wir also im prinzip jetzt wissen 30 prozent das sind 62,5 glimmer vorausgesetzt die poolgröße wächst nicht weiter und das muss man dann natürlich entsprechend umrechnen die nächsten tage wir wären also dann bei wenn der kurs wirklich nur bei einem us dollar pro glimmer läge wären wir logischerweise bei 62,5 us dollar wäre also unsere drei wären unsere 30 prozent wert wir hätten also immerhin bei 530 dollar invest 62,5 dollar an return of invest das ist ja schon mal gar nicht schlecht also etwas über 10 prozent und wenn wir wirklich bei 15 us dollar pro glimmer token landen würden dann hätten wir also ein return of invest von 937 us dollar im vergleich zu 530 us dollar invest was echt gut wäre zwischen 1 und 15 ist natürlich noch eine ganze menge platz genauso wie dieser absurde fall dass wir also 150 us dollar pro glimmer erreichen würden dann wäre das ganze natürlich ziemlich lukrativ klar würde sich das also verzehnfachen wären wir ungefähr bei 10.000 us dollar die wir in unseren die wir raus bekämen aber das wird nicht passieren das wird nicht passieren ich sage es jetzt ganz deutlich ich glaube nicht dass es passiert meine preis prognose für den glimmer also jetzt bauchgefühl ohne dass ich in irgendeiner form jetzt hier verbindlich irgendwas abgeben möchte ist ja klar würde ich würde sagen wir landen so bei 4 bis 5 us dollar pro glimmer token und dann ist auch da natürlich wenn man das hier vervierfacht immer noch ziemlich gut haben wir eine also ein gutes return of invest und das geht ja jetzt nur darum dass wir also uns die ersten zwei wochen quasi nach dem launch anschauen ich denke mal der preis wird ziemlich chaotisch fluktuieren in der zeit irgendwann später in eine preisfindungsphase eingehen sodass all das was hier steht jetzt nur mal so ist um mal so ein bisschen gefühl dafür zu kriegen in welcher range so ungefähr diese ganze reward geschichte liegen könnte und dann haben wir auch noch zwei jahre in denen wir dann den rest ausgezahlt bekämen und wenn wir also wirklich einen kurs von 15 us dollar pro glimmer nach zwei jahren immer noch hätten und wir hätten unsere ganzen rewards behalten dann hätten wir insgesamt 3.124 us dollar verdient mit einem invest von 530 us dollar aber dass das passiert ist komplett unwahrscheinlich es kann alles mögliche passieren in zwei jahren der markt kann abstürzen der markt kann explodieren vielleicht sind wir demnächst in einem bärenmarkt vielleicht sind wir demnächst in einem super cycle oder wir sind jetzt schon im bitcoin super cycle die kurse gehen jetzt zehn jahren nicht mehr runter gibt es ja auch theorien keine ahnung also man weiß es nicht einfach nur unverbindlich von meiner seite diese überlegung so dann also vielen vielen dank fürs zuschauen vielen dank für die geduld bei diesen ganzen rechenaufgaben und ich freue mich schon drauf morgen gibt es ein video zu akala und denkt dran schreibt eure fragen unten in die kommentare damit ich die dann am mittwoch in meinem q&a berücksichtigen kann vielen vielen dank bis dann macht's gut viel spaß tschüss bis dann Untertitelung des ZDF, 2020